Wir haben auch mit ihm vor dem heutigen Match gesprochen. Ich wollte zuerst wissen, ob es in dieser Saison ein neues Ritual gibt. Wenn es nicht die Arbeit für dich in der Sommer verändert? Es ist schwer zu sagen. Wir sind froh, dass wir das Team zusammenhalten haben. Wir haben drei neue Spieler. Tobias Geisser ist einer von ihnen. Er kennt die Räume und seine Weg um die Gebäude. Aber hoffentlich wird es uns ein bisschen schneller entfernt. Aber es gibt andere Herausforderungen mit dem gleichen Team. Ich habe immer wieder neue Dinge zu sagen. Und finden neue Möglichkeiten, die sie inspirieren. Aber wir sind froh, dass die Team mehr oder weniger zusammengefasst ist.